Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video auf unserem Kanal WorldFindness Kitchen. Heute bereiten wir ein super fruchtiges Dessert zu, das perfekt für den Sommer ist und auch wirklich schnell geht. Wir starten einmal damit die Mandeln klein zu hacken. Hier könnt ihr aber auch einfach direkt schon gehackte Mandeln nehmen. Dann spart ihr euch diesen Arbeitsschritt. Als nächstes rösten wir die Mandeln kurz an. Dafür nehmen wir wenig oder gar kein Öl und legen alles dann auf ein Stück Küchenrolle. Abonniert auch gerne diesen Kanal um keine weiteren Videos mehr von uns zu verpassen und um uns zu unterstützen. Für weitere Rezeptideen folgt uns auch gerne auf Insta oder Tik Tok. Dort heißen wir auch WorldFindnessKitchen. Jetzt vermischen wir nur noch den Naturjoghurt mit dem Honig und sind dann auch schon fast fertig. Alle Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Abwechselnd schichten wir jetzt den Joghurt, Lemmongurt und unsere Mandeln in Dessertgläser. Lemmongurt könnt ihr übrigens einfach im Supermarkt kaufen oder selber aus Zitronen herstellen. Falls ihr da Interesse an einem Video habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und schon ist unser Dessert fertig. Wirklich perfekt für den Sommer. Ihr könnt es auch direkt probieren oder für den extra frische Kick auch nochmal in den Kühlschrank stellen. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr probiert es vielleicht auch mal aus und schreibt dann gerne mal in den Kommentaren, wie es euch geschmeckt hat. Um keine weiteren Rezepte mehr von uns zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video.